Hier habt ihr jetzt meinen Instagram-Name, könnt ihr mir auch folgen, verpasst ihr auch nichts. Jo, du warst klar, wir sind gerade im Mobil, fahre nach Venebisch und ja, viel Spaß. Wir haben gerade 21.07 Uhr und bis bald, ciao. So meine Freunde, ihr wisst, wir sind gerade hier in der Nähe von Gotthardtunnel, also ein Auto-Raschette, näher von Gotthardtunnel, mit einem Campingcar, wenn ihr ihn doch sehen könnt ihr gerade. Heute geht es weiter nach Venedig, von daher, es wird eine geile Reise und ich freue mich auf Venedig, ich hoffe auch von hart bis dann. Ach, bester Fahrer, was gibt es? Eine Reise nach Venedig und Mohammed, sie ist am Steuer. Super, wir sind noch ungefähr 300 Kilometer, erreichen wir das schönste Gebiet der Welt, Venedig. Die schönste Reise, was gibt es heute, Katarisch zu reisen, ist eine wunderschön zu reisen mit Wohnmobilen. Besonders, wenn man hat einen tollen Sohn, wo am Steuer, so kann ich ihm helfen. So, ich bin jetzt die ganze Zeit gefahren, wir kommen jetzt nach Lido gleich. Mein Vater macht gerade hier Sprit. Wie bekommt ihr Sprit, Papa? Wie bekommt ihr Sprit? Es geht 1,42 Uhr. Es geht Diesel, wie ihr seht hier, gleich in Lido. So, wo sind wir gerade? Ciao Amigos, wir sind hier im Park des Campini, Agnello. Wie bist du? Wir machen die Fleisch hier. Wir sind hier in Deutschland, aus der Neugeuse in der Türkei. Wir machen Piano Piano hier. Wir sind gerade am Köringplatz, meine Freunde, ein bisschen grillen, Familie. Wir machen die Fleisch, frisch, manchen ein bisschen. Alles klar, bis später, tschau. Der geht aufs Boot nach Venedig. So, jetzt sind wir in Venedig angekommen mit dem Schiff hier hinter uns. Hier ist, es regnet, kein gutes Wetter, aber ist egal, wir sind angekommen in Venedig. Geil. Die Insel über Wasser überschwimmt. Überall geht Wasser durch. Hier ist ein schönes Wetter, ein schönes Wetter, ein schönes Wetter, ein schönes Wetter. Hier ist ein schönes Wetter. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Ich bin gerade auf den Stelzen laufen hier, weil alle unter Wasser sind. Einfach ganz benehmig. Guckt euch das mal an. Alle unter Wasser. Hier sind wir hier. Hier ist es echt sehr viele Marken. Hermes. Hier Hermes. Sehr viele Markensachen hier. Sainte Lauren, einfach geil. Und natürlich, mein Vater berät natürlich, wo ich immer einkaufen gehe und empfehle, Louis Vuitton. Der Postbote hier, mit seinen ganzen Paketen. Hier gibt es echt alles, meine Freunde, echt. Wer Geld hat, so wenig Spaß, Hedl herkommen und einkaufen. Und ich habe gerade erfahren von einem Mann, der hier arbeitet in Venedig. Ein Touristenführer hat gesagt, dass Venedig jedes Jahr sinkt, immer mehr. Der Meeresspiegel steigt jedes Jahr, umso mehr. Man sieht auch schon, manche Säulen, sag ich mal, sind schon im Wasser drin. Kann sein, dass bald Venedig weg ist. Wann bist du nicht genau. Hier sieht man es normal, das war früher bis unten. Jetzt ist Wasser im Meeresspiegel hoch. Schon die zwei, vier, fünftige Stufe ist mit Wasser. Das hat immer mehr. Guck mal Leute, die Leute, guck mal wie krumm der Turm ist. Bald fällt da oben wahrscheinlich. Wenn ihr euch umgezogen habt, machen wir ein Glas Woterschnur in Berlin. Das ist auch in Venedig. Guck mal! Guck mal! Guck mal, guck mal! Guck mal, mach mal! Schöne Boote hier überall, die drei Kollegen, bitte die Boote, die Leute hier drauf, die werden chauffiert hier, und es ist sehr schön in Venedig, von der Herr, lass ein Like auf alle Fälle, und schauen wir mal an. Meine Freunde, ich war auf dem Abplatz hier gerade, komm mal mit, eine schöne Kirche hier, sehr schöne Kirche, schöner Platz hier, sehr schön hier in Venedig. Und das ist mein Vater. Wie geht's? Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Siamo qui a Marcos Plasta, in Venedig. Er hat es wirklich beij sahen, er hat es wirklich bes vested in mir, er hat etwas zu denken, das mein Vater am besten, dieser bagnet, diese Venedig. Wir sind glücklich hier, das erste Mal in Venedig. Wir sehen uns die nächsten Mal, wenn der Zeit gut ist. Jetzt ist der Zeit schief. Wir haben ein paar Pfeifen. Pizzacalzoni! Und dann haben wir in einem Europa-Italian ein paar. Hier ist es wirklich schön. Vielen Dank für Venedig und Marcos Plaza. Auf Wiedersehen. Ciao, Leute. In deren Hand. Nein, das gibt sowas nicht. Guck mal, die böse Hexen. Guck mal, neuer Freund. Das Video. Guck mal, neuer Freund hier. Er geht mit jetzt hier. Komm mit, nach Deutschland. Mohammed. Auf YouTube, neuer Follower hier. Ja. Neuer Freund, komm mit. So, mein Freund, das war's mit dem Video aus Venedig. Abschlusssignal. Lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Video, nächsten Sonntag. Heute rein aus Venedig. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 atzu. weigh Bis zum nächsten Mal.